Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zocken heute A-Cookie-Run, VR-Game, The Darkest Night, Kapitel 1 und ja, also ich habe den Trailer gesehen, ich war echt fasziniert von dem Game und musste das unbedingt testen. Ja, danke an den Entwickler, der mir hier die Chance gegeben hat, das zu testen. Und ja, gehen wir mal ganz kurz die Einstellungen durch, was so möglich ist. Also wir haben einmal hier Sprache, die können wir uns einstellen, wie wir möchten. Es ist aber in englischer Sprachausgabe, aber die Untertitel sind Deutsch. Dann haben wir einmal Steuerung, Vibration, dann haben wir hier Snap-Turn, habe ich ausgeschaltet und dann können wir uns einstellen, ob das Bewegungstempo, wie schnell das sein soll und die Rotationsgeschwindigkeit, wie schnell die sein soll. Ich habe alles auf schnell, schnell, kann man anpassen, wie man halt mit VR klarkommt. Dann haben wir hier die Musikeinstellung, also die Soundeffekte, Dialoge und so weiter, die wir uns einzeln von der Lautstärke anpassen können. Ich habe die Musik mal ein bisschen runter geregelt und ja, weil die mir meistens zu laut ist. Ja, das ist eigentlich so im Groben mit den Einstellungen. Dann haben wir hier ganz viele Anleitungen, wie wir was machen können. Eine Bewegung, Rucksack und so weiter und so fort. Habe ich mir ein bisschen durchgelesen. Ich habe mal gerade drei Minuten reingeschaut, um mal ein bisschen zu gucken, ob alles passt. Und jetzt fangen wir nochmal von neu an. Den löschen wir jetzt hier mal. Und dann geht's los. Ginger brave, wake up. You will despise me, but you are destined to destroy us. Ginger brave, gather the soul and be brave. And yet, here you are once more, born again and again. This impossible task, only you can. We are sorry. And I, I will destroy you time and time again for all eternity. Ein Feuer? They are waiting. It's time. Wow, das ist cool. You are our only hope. Das ist mega cool. Wir sind in einem Ofen. Zum Game ist aktuell im Meta-Quest-Store für 29,99 Euro zu erhalten. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist zu heiß. Ich muss den Schmuck folgen. Der Schmuck auch geht da lang. Oh, mir ist auch ein bisschen traurig, ne? Was dann klappt? Super. Was sind diese Dinge? Nein! Sie essen Kucke. Das ist blöde, aber es wird für heute. Schwinge deine Waffe. Oh. Oh. Ich muss sich umgekehrt und nicht verbrannt werden. Okay, weiter. Mehr von ihnen? Okay, dann bringe sie auf! Ha! Man kann noch was zurückschleudern. Mit der Zuckerstande. Na komm. Ich kann hier noch länger bleiben. Ich muss umgekehrt! Okay, den können wir aktuell noch nicht irgendeinen Inventar packen. Da müssen wir mal so hoch gehen. Okay. Ich geh mal hier so. Oh, da ist was offen. Da ist was offen. Boah, das sieht mal geil aus. Eine Tür! Und es ist offen! Ich bin frei! Ich bin frei! Ich bin frei! Ich bin frei! Und lerne deinen Platz, Wurm! Wir sind kein elender Wurm! Hey! Was ist die große Idee? Wir sind hier! Die tapfere Kuckkäschen, wir. Uh, es ist zu heiß. Ich bin... Da! Vielleicht den Ventilator? Hey! Über hier! Wir müssen weg, bevor wir getroffen werden. Hurry! Oh-oh! Es gibt keinen Weg, dass ich es hier durchführen kann. Use etwas, um die Blöden zu stoppen! Hurry! Hurry! Jump! 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 Wie springe ich? Ah! Das ist doch cool, oder? Das war ein Schicksal. Wie fühlst du dich? Äh... weit von einem perfekt gemachten Kucki. Das ist sicher. Du warst in dem Oven für zu lange. Aber ich habe nur das Ding! Hier! Geh das! Oh, ein Rucksack! Ach, wie niedlich ist das denn, ne? Passt doch zu Weihnachten, ne? Total! Ich habe ein paar Meeres-Jellys. Das wird dir helfen, zurück zu deinen Feinden in keinem Zeitpunkt. Genau, man muss ihn von der Brust ziehen, dann öffnet er sich und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, Items zu holen. Das ist ein Quest, weil wir den machen müssen. Hier können wir hoch und runter gehen. So, und hier kann man ziehen und verschwindet er das was ich schon sehr sehr lange gesagt habe warum gibt es nicht die art games die mit größe spielen und das macht es perfekt hier also wir sind ein kleiner keks mann und haben hier eine ganz normale reale umgebung einfach genial zauberer cookie einfach genial ich in richtung der leiter in dem duo el nix oder er nach vorne jetzt sind wir hier aus mehlsäcken oder so gummi knochen so sagen wir hier kann man hier auch sehr geil ok wir haben auslots sehr gut so ein sort of glass bottle over there it seems to have fallen from one of the cupboards above yes this will work to our advantage grab one of those candy canes you'll need a reliable weapon wow it fits perfectly in my hand as if it was made just for me now's our chance to make our escape wizard cookie oh oh ich verliere immer das tracking bin ich zu weit weg vielleicht nicht er und er er Ich bin ein tapfer Cookie. Eine große Prophecy. Eine Prophecy? Ja, ich kam hier, um dich zu retten, nachdem ich eine Prophecy von Prophet Cookie bekomme. Die Details werden später später erklärt. Wir müssen nachher aufhören. Wir müssen nachher aufhören. Achso, das war ja... Und weg ist er. Okay. Also, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde das genial. Ich bin ein bisschen fasziniert. Süße Grafik. Quickslot. Und wo sind die... Ah! Okay. Also wir haben hier zwei Slots und da zwei Slots. Okay. Slots. Jetzt können wir mal ganz kurz hier schauen. Schauen, was da oben ist. Und da oben ist das, was da oben ist. Was ist das denn? Was ist denn, was da oben ist? Was ist denn? Ja, was da oben ist? Für einen Kucki-Liebungs-Strike! Das war großartig! Wir können jetzt sicherlich runterkommen! Yikes! Mehr Soldaten! So, kontinuierlich angreifen! Hier! Ja! 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 für combat we still have a long way to go let's pick up the pace how much further keep your head down it's a rider mage oh ok it's coming on the dickpad oh i think we're in the clear gotta keep an eye out for them let's head down hurry this way i can't wait on the table seriously how much further oh ab und zu geht mir das tricking ein bisschen verloren ich weiß nicht warum so jetzt müssen wir schauen mal ganz kurz nochmal was schauen ach guck mal hier angriff betäubung beständigkeit ok die gehen auch irgendwann kaputt kurz zu wissen mir fehlt aktuell noch der ausdauerstand von uns aber gut ok und hier bewegen nein geil löffel und gabeln fast fiddlesticks yeah katk it's that it's a terrarium the witch started growing small creatures and life forms in these there's a choco drop in there it seems so sad should we set them free we're just cookies if we want to free them we need to go inside ourselves it's not safe to go barging in without knowing Das ist ein Schisser. Terrarium des Schokotropfens. Das ist doch mal geil, oder? Wow, ist das, was die Außenwelt auch ansehen sieht? Also, ich bin echt begeistert. Jetzt schaut euch mal den schönen Himmel an. Rette den Schokotropfen. Okay. Okay. Hier sind nur Laternen. Gold. Also, schön Gold looten noch. Maulwurf, oder was ist das? Oh! Hä? Okay. Komm, gib Gold her! Tick, tipp! Dass die auf einmal so weg sind? Verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Aber richtig schön gemachte Welt. So, jetzt haben wir hier noch. Blum, blum, blum. Da müssen wir einen Schokotropfen holen. Okay. So, jetzt haben wir alle, alle erledigt. Das können wir schon da hin, ne? So, haben wir ihn befreit, oder? Okay, ich denke mal, wir können jetzt hoch. Ach, guck mal, wer da kann. Danke, kleiner Schokotropfenmann. Okay, das ist ein kleiner Endgegner. Kleiner ist gut. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas zu looten gibt oder so. Ne, hier ist die Welt vorbei. Okay, okay. So, jetzt müssen wir kämpfen. Oh yeah. Okay. Kann man ja auch, kann ich auch? Aha. So, er hat nicht mehr viel. Das war easy. Immer schön die Ausdauerslots packen. So. Also, ich finde bisher ein richtig schönes Fantasy-Game. Gehen. Müssen wir jetzt was suchen? Oder? Ah, warte mal. Ich hab da irgendwas aufgehoben. Ich hab da irgendwas aufgehoben. Ich hab doch überlebt. Ich hab doch überlebt. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe in einem Buch geschrieben, von den Gnomes geschrieben. Choco-Drop's Schokolade coating ist zu sagen, dass es stärker ist als Caramelized Steel. Wir können Choco-Drop's Abilität benutzen, um durch diese Wallen zu spüren. Ich hab da irgendwas. Ich hab da rein. Das ist so. Ich hab das. Minions, entgegen die Stadt. Diese Schauspieler müssen nicht wegkommen. Es ist nicht Zeit, denn wir müssen nach dem Schroecab! Wir müssen nach dem Schroecab! Nein, wir müssen nach dem Schroecab! Das ist das Geräusch. Lass uns da hochkommen! Oh nein, wir sind verletzt! Lass uns da hochkommen! Hurry up, Ginger Brave! Kommt man hier jetzt hoch? Nein. Oh, Glück gehabt! Hm, so you've managed to escape, Ginger Brave! Ginger Brave! Gnome-Platz! Woah! Wo sind wir? Ein seltsamer Platz! weit weg von der schmerzen Lord Cookie. Willkommen in Gnome Square! Hi! 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 I am the one who asked Wizard Cookie to aid you in your grand escape! It's great to meet you, Prophet Cookie! Thanks for sending help! It is a great pleasure to finally meet the Cookie from the Prophecy of Old! The Prophecy? Yes! Destiny has much in store for you, friend! You are the one who will lead us to freedom! For we have been trapped here in the Witch's castle for far too long! The Witch has ordered the darkest Lord Cookie to prevent any and all forms of escape! I have also foreseen the Witch's sinister plot in using cookies for a terrible purpose! We must flee this place, let this horrifying future come to pass! Oh, but where are my manners? I shall spare you of the details for now! First, we must introduce you to the Eldernome! The Eldernome is this way! Wow, the statue! Why is it glowing? You! What could it be? The statue is reacting, just like the Prophecy foretold! The darkness shall be vanquished by courage! The statue will light the way! There is no doubt about it! You are the cookie mentioned in the Prophecy! We need the Eldernome! I think, you might know something! It seems the Elder has fallen asleep while waiting for us. Try waking him up! Hallo! Das magische Buch. Deine linken Schulter? Okay. Kann ich da die Quests vielleicht anschauen? Vielleicht ist es vielleicht etwas, was in der Mitte geschrieben ist, Lade. Der Schwerter des Notenbuchs war sehr ähnlich wie du. Ein großer Lieder, der wünscht uns zur Freiheit. Das ist viel Verantwortung auf meinen Schultern. Ich glaube nicht, dass ich ein großer Lieder bin. In der Zeit, du wirst wissen. Nach allem, die Schwerter der Schwerter schlägt in deine Präsenz. Wie hast du... Wannst du schlafen bis ein paar Minuten vor? Ich bin sicher, dass du derjenige in der Prophezie bist. Aber es gibt mehr zu der Prophezie. Die Schwerter schlägt und ein neues Day wird schlägt. Mit ihm eine Chance, um zu entfernen zu finden. Die Prophezie ist unklar, aber es ist gesagt, dass du die Möglichkeit hast, Freiheit für alle Kekse. Freiheit für alle Kekse! Hier wissen wir unsere Attribute. Du bist bereit, dass du da etwas sinnvolles findest. Mein und Zeitquests. Das sind unsere Main-Quests. So, ich würde aber auch sagen, dass wir hier jetzt das Video beenden. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt von irgendeinem Video, schreibt mir einfach unter die Kommentare. Dann zeige ich das gerne nochmal oder spiele es weiter. Aber meistens ist es so, wenn man ein Spiel gezeigt hat, wollen die Leute das nicht mehr so gerne weiter sehen. Das sieht man an den Klickzahlen. Hier haben wir einen Shop und das können wir jetzt noch alles erforschen. Und dann geht es wahrscheinlich weiter. Ich denke mal, wir müssen insgesamt fünf magische Wesen sammeln. Also hier haben wir jetzt den kleinen Kerl gesammelt. Und hier sind noch vier Slots. Und dann geht es wahrscheinlich weiter nach draußen zur Freiheit oder Endboss. Ich bin mir nicht sicher, aber bisher ein cooles Game. Ich bin echt positiv beeindruckt. Was sagt ihr zum Game? Gerne mal unter die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und ja, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.